Was befindet sich in dieser Volviere? Was denkt ihr? Die machen so lustige Geräusche und er beckt gern hin. Hör auf! Das Betteln. Schmeckt's? Gut, gell? Na hallo! Kommt ihr zur Hand auf? Die Waldkrabben von weit oben an der Theia. Süß! Auf der Hand mit flachen Händen. Aha, mit flachen Händen.